Schon vor seiner Geburt war klar, dass er jemand Besonderes sein würde. Ein übernatürliches Wesen teilte seiner Mutter mit, dass das Kind, das sie empfangen würde, kein sterblicher, sondern ein göttlicher sein würde. Er wurde auf wundersame Weise geboren und wurde ein ungewöhnlich frühreifer junger Mann. Als Erwachsener verließ er sein Zuhause und widmete sich einem Wanderpredigtdienst, wobei er seine Zuhörer aufforderte, nicht für die materiellen Dinge dieser Welt zu leben, sondern für das, was geistlich ist. Er versammelte eine Reihe von Schülern um sich, die davon überzeugt waren, dass seine Lehren nicht zuletzt deshalb göttlich inspiriert waren, weil er selbst göttlich war. Er bewies es ihnen, indem er viele Wunder vollbrachte, Kranke heilte, Dämonen austrieb und Tote auferweckte. Aber am Ende seines Lebens erregte er Widerstand und seine Feinde übergaben ihn den römischen Behörden zur Verurteilung. Nachdem er diese Welt verlassen hatte, kehrte er jedoch zurück, um seine Anhänger zu treffen, um sie davon zu überzeugen, dass er nicht wirklich tot war, sondern im himmlischen Reich weiterlebte. Und später schrieben einige seiner Anhänger Bücher über ihn. Mit diesem Absatz fängt der Bibelgelehrte Bart Ehrman, er fängt so seine Vorlesung an, um zu zeigen, dass man sehr genau aufpassen muss, worüber, wo, wie und was gesagt wird. Denn sein Name war Apollonius, Apollonius von Tayana, der so ca. um das Jahr 40 rum geboren wurde und mit etwa 80 Jahren in Ephesus starb. Hallo und willkommen zu einem Thema, das extrem kontrovers zu sein scheint, obwohl ich das nicht so richtig nachvollziehen kann. Es geht um eine Romanfigur, die gleichzeitig eine Leitfigur wurde für eine Gruppe von Menschen, die sich einen der vielen Götter ausgesucht haben, die wir Menschen im Laufe unserer Existenz so hervorgebracht haben. Und dieser spezifische Gott braucht aus irgendeinem Grund zwei Helfer, einen unsichtbaren Geist und einen Menschen namens Jesus. Nachdem vor sehr langer Zeit ein Buch zusammengetragen wurde, das aus ganz vielen verschiedenen Geschichten besteht, wurde vor fast 2000 Jahren ein zweiter Teil hinzugefügt, treffenderweise Neues Testament genannt. Dieser besteht auch wieder aus vielen Geschichten, die aber mehr auf den Menschgott, die Leitfigur namens Jesus konzentriert sind, der sich zu einer der Gallionsfiguren eines weiteren Endzeitkults in der Wüste im Norden der arabischen Halbinsel entwickelt hat. Vor etwa 1000 Jahren kam dann der arabische Koran, kopierte Teile der Bibel, unter anderem auch etwas von der Jesusfigur. Veränderte sie aber dramatisch zu einem rein menschlichen Propheten. Und irgendwelche Details? Fehlanzeige. Nur eine Handvoll unbelegte Behauptungen. Und das ganze Buhei hier, das hat mich nie wirklich interessiert. Wenn Menschen einen Gott brauchen, um durch den Tag zu kommen, dann ist das doch deren Angelegenheit. Leider aber haben diese Gruppen, die jahrhundertelang Angst und Schrecken verbreitet haben, die gedroht und genötigt haben, plötzlich, obwohl wir erkannt haben, dass Götter eigentlich völlig überflüssig sind, wieder Machtgelüste. Und wollen mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Was ich denken, sagen und tun darf. Und da ist bei mir Schluss. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass bei mir jetzt Widerstand ausgelöst wird. Und ich mich gegen diese Bevormundung und Einschränkung meiner Menschenrechte wehre, die wir Menschen uns über viele Jahre erkämpft haben. Ich wehre mich gegen die Drohungen und die ständige Nötigung. Und wie? Naja, indem ich ganz einfach dem Wunschdenken, den Lügen und leeren Behauptungen mit Fakten begegne. Indem ich die Behauptungen überprüfe, die teste. Nicht mit Gewalt und Zensur, sondern intellektuell. Und nur mal, dass das klar ist, ich handle hier aus Notwehr. Und mache den Anhängern dieser Kultgruppen klar, dass deren Fundament auf Sand gebaut ist. Und die Annahmen und Behauptungen, die von diesen Gruppen aufgestellt werden, inkonsistent, widersprüchlich und vor allem faktisch falsch sind. Damit Ruhe einkehrt und wir, Menschen ohne Götterglauben, weiterhin gefahrlos und unbehelligt leben können. Und in diesem Video stelle ich die Behauptung auf, dass die Leitfigur der Christen und der Prophet der Muslime, eben dieser Jesus, nur anhand der Botschaften entweder abgelehnt oder ernst genommen werden kann. Nicht aber als tatsächliche, als historische Person. Die wirklich bizarren, narzisstischen, grotesken und brutalen, unmenschlichen Botschaften dieser Leitfigur der Christen, die laut dem Neuen Testament gelogen und gestohlen hat, die Gewaltpredigt, sich für Sklaverei und Hass gegen alle Ungläubigen stark macht und sich selbst als Sündenbock und den einzigen Weg zur Vergebung von Sünden darstellt, die ja gar keine sind. Also das alles lasse ich hier einfach unkommentiert. Die Ungereimtheiten in der Bibel und dem Koran sind alleine schon ein Grund, diese als Märchen zu behandeln und nicht als verlässliche Quellen zu betrachten. Ich sehe mir also die Behauptungen an und analysiere die Quellen, auf denen die basieren. Und da gibt es ja bei den Christen nur zwei Möglichkeiten, biblische und außerbiblische Texte. Was heißt das jetzt? Naja, das heißt, dass es mir hier und heute nur um die Behauptung geht, dass diese Leit- und Gallionsfigur tatsächlich so wie beschrieben gelebt hat. Und dann die Betrachtung, was diese Behauptung eigentlich wert ist. Also bei der Beschreibung dieser Figur gibt es ja einige Eckpunkte, die man leicht überprüfen könnte. Laut den Aussagen im Neuen Testament der Bibel wurde der Jesus in der Provinz Judäa geboren. Irgendwo innerhalb eines Zeitraums von ca. 60 Jahren. Zwischen der Regentschaft von Herodes, so um das Jahr 40 BCE, also vor unserer Zeitrechnung, und 21 der Regentschaft von Quirinius. Die Geschichtenschreiber der Bibel widersprechen sich. Und daher haben wir keinerlei Hinweis, wann das Ganze eigentlich anfängt. Aber keine Sorge, wir erfahren auch nie, wann das alles endet. Also keine Panik. Die Eltern zogen später mit ihm nach Nazareth. Ne, nach Ägypten. Da sind sich die Schreiber nicht so ganz einig, wo genau es hinging. Dass mehrfach alle Babys getötet wurden, irgendwie haben das alle Geschichtsschreiber der Zeit nicht irgendwie übersehen und davon rein gar nichts mitbekommen. Jesus oder Jeschubin Josef, wie er ja eigentlich genannt werden sollte, hat selber nichts hinterlassen. Kein Schriftstück, noch nicht einmal ein Holzdöschen haben wir von dem Schreiner. Die Stadt oder das Dorf, aus dem Jesus von Nazareth angeblich gekommen war, obwohl er ja der Sage nach in Bethlehem geboren wurde, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Nicht, ebenso wenig wie die Klippen, auf denen Nazareth angeblich erbaut wurde. Naja, vielleicht sollte da nur eine vermutete Weissagung erfüllt werden. Und wir haben auch keine Berichte oder kaum etwas von den Brüdern Jakobus, Josef, Josef, Judas und Simon oder den zwei Schwestern. Das waren übrigens alles Juden. Und alle sollen eben in diesem Nazareth gelebt haben. Nur haben wir dafür keinerlei Belege. Alles, was Archäologen gefunden haben, sind ein paar Mauern, Reste eines Brunnels und Tonscherben. Aber keine passende Geologie oder Hinweise auf ein Dorf oder gar eine Stadt. Bestenfalls ein Bauernhof also. Reicht das? Naja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat ein Mensch namens Jesus, wie in Neuen Testament beschrieben, existiert oder nicht. Mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wenn aber selbst so banale Behauptungen wie eine Heimatstadt nicht mit der Realität übereinstimmen, Was haben wir denn dann wirklich? Was stimmt denn hier mit der Realität überein? Jesus wird nachgesagt, bei den Christen jetzt. Er habe Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, mal 4000 und mal 5000 Hungrige mit Fisch gefüttert. Er hat Wein hergestellt, Fische gefangen, als es keine mehr gab und sogar Tote wiederbelebt. Ohne, dass jemand das großartig mitbekommen hat. Keiner war dabei. Keiner hat es weitererzählt und kein Zeitzeuge berichtet darüber. Dann gab es eine stundenlange Finsternis sowie zwei Erdbeben, sodass sogar Felsen gesplittert sind und lebende Tote in den Straßen Jerusalems rumliefen. Aber keiner der ca. 40 Historiker, die in der Region zu dieser Zeit sonst alles aufgeschrieben haben. Keiner von denen hat irgendetwas von alledem mitbekommen. Das ist schon seltsam. Aber, naja, jetzt wissen wir, was wir nicht haben. Aber was haben wir denn tatsächlich, dass da Millionen und Abermillionen Menschen das alles einfach so glauben? Es gibt neben dem Koran ja das Buch, die Bibel, Biblios. Und darin Teil 2, das Neue Testament. Sonst nichts. Dort ist aber, was ich bereits gesagt habe, nichts zu finden, was eindeutig ist und belastbar. Selbst die Schlüsselstelle des Christentums, also die Wiederauferstehung dieser Leitfigur vom Toten, ist voller Widersprüche. Ich erkläre das mal kurz. Also was ich gemacht habe, ist die vier Evangelien nebeneinander zu legen. So wie hier, anstatt die hintereinander einfach wegzulesen. Dann habe ich alle vier auf eine Stelle justiert, die ein Ereignis ähnlich beschreiben sollte. Und habe die vier verglichen. Naja, und das Ergebnis war eine Katastrophe. Weil es ist egal, ob ich jetzt bei der Kreuzigung oder bei der Wiederauferstehung nachgeguckt habe. Wurde Jesus morgens oder mittags gekreuzigt? Dann, bei der Wiederauferstehung heißt es einmal, als die Sonne aufgegangen war. Und einmal, als es noch dunkel oder finster war. Bei einem heißt es Erdbeben und Grab geschlossen. Da kam Engel und flog und dann vorbei und hat das dann aufgemacht, das Grab. Und beim Markus gibt es kein Erdbeben und das Grab ist offen. Und da sind Engel drin. Und bei Lukas gibt es kein Erdbeben, das Grab ist auch offen und da sind zwei Engel drin. Und beim Johannes ist das Grab offen und keine Engel und dann plötzlich zwei Engel. Was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass die einzigen Angaben, die wir bekommen, fehlerhaft, widersprüchlich und damit unglaubwürdig sind. Die Bibel kann ich also als verlässliche Quelle ignorieren. Aber Christus-Apologeten machen genau das aber nicht. Weil wenn die Archäologie versagt, die Geologie versagt und alle vier kanonischen Evangelien versagen, dann werden eben die Schriften von Paulus ausgepackt. Hat denn der Autor überhaupt existiert? Es gibt zumindest keinerlei Belege, die dafür sprechen. Gibt denn der Inhalt dieser Paulusbriefe Grund zur Freude? Nein, in keinster Weise. Weil Paulus hatte keinen direkten Kontakt mit dem Jesus aus dem Neuen Testament. Um nur zur Information. Hörensagen ist etwas, das eine Person nur aus Erzählungen anderer erfahren hat. Also haben wir von Paulus nur Hörensagen. Nicht mehr. Was bei den Behauptungen über Jesus von Nazareth der Fall ist, zeigt sich generell und auch hier. Es gibt wenige ernsthafte Historiker, die sich mit diesem Thema Jesus befassen, weil es ja nichts gibt, mit dem sie sich befassen könnten. Die wenigen, die sich äußern, sind entweder skeptisch oder die glauben einfach. Und das gilt genauso für Paulus. Steht denn überhaupt etwas von Paulus in einem Zusammenhang mit der Person von Jesus? Nee, nicht wirklich. Da ist schon wieder nichts. Die sind Jahrzehnte nach dem angenommenen Aufstieg in den Himmel entstanden, wo der Gott als Teil der Trinität neben dem Gott der Trinität sitzt. Was heißt denn das jetzt? Naja, dass Paulus wenig über Jesus zu sagen hat. Es werden nur angebliche Äußerungen anderer zitiert. So wie ja die Sekundärliteratur beim Islam. Märchen aus dem Islam, die einfach einer Leitfigur namens Mohammed zugesprochen werden. Wo im Koran allerdings ein Jesus als Trinität aus Vater, Mutter und Sohn besteht. Der aber dann als Neffe von Moses und Aaron und Enkel Imrans dargestellt wird. Da Maria, Ehefrau von Josef, im Koran mit einer anderen Maria, der Schwester von Moses, verwechselt wird. Also auch hier nur wirres Zeug über einen Jesus. Nichts Überzeugendes, was auf eine echte, real existierende Person hindeuten würde. Wenn ich also die Behauptungen analysiere, naja, da erscheint ja nur Spekulation und Wunschdenken. Und das geht dann eben auch den Experten nicht anders. In Wikipedia nennt es treffend, die Forschung unterscheidet darin historische Angaben von legendarischen, mythischen und theologischen Motiven. Motive leiten die Darstellung, nicht Fakten. Und Apologäten, egal welcher Couleur, versuchen sofort, diese Ungereimtheiten, die Diskrepanzen, die Widersprüche und Fehler irgendwie zu harmonisieren. Krampfhaft. Anstatt einfach zuzugeben, dass dort etwas faul ist, dass jeder, der nicht Teil einer bestimmten Gruppe ist, sofort erkennt und akzeptiert. Aber warum merken die nicht, dass alleine die Tatsache, dass sie so krampfhaft dann etwas festhalten, was jeder andere als faul identifiziert, die Verlässlichkeit kräftig reduziert? Ist es ehrlich, so zu reagieren? Was würde Jesus sagen? Würde Jesus selber die Beschreibungen seiner Person als wahr einstufen? Und wenn ja, welche? Naja, und was heißt das jetzt? Naja, dass bei Experten, egal ob Pro oder Skeptik, mittlerweile der Fokus weg von der Bibel oder Koran und hin zu den außerbiblischen Texten gewandert ist. Naja, und was haben wir dort an Belegen für die Existenz von einem Jesus wie im Neuen Testament beschrieben? Null. Genauso wenig. Nix. Aber wir kriegen zu hören von so unehrlichen, sogenannten Gelehrten wie Gary Habermas, die einfach in den Raum pusten, dass es außerbiblische Quellen für die Existenz von Jesus gibt und dass das Neue Testament komplett aus diesen Quellen wiederhergestellt werden könne. Wer übrigens sadistische Züge in sich trägt, Habermas ist kürzlich von einem Kanadier, dem Duck, auf dem Pinecreep-YouTube-Kanal, so fürchterlich als alter, hilfloser Trottel entlarb worden, was einen entweder schaudern oder lautlos lachen lässt, je nach innerer Einstellung. Was seltsam erscheint, ist, dass sobald ich nach diesen Quellen von Apologeten wie Habermas frage, naja, meistens nach fünf oder sechs Angaben oder Namen die große Stille einsetzt. In der Mehrzahl dann sogar schon nach zweien. Also da kriegt keiner diese sogenannten 39 externen Quellen hin. Gibt es denn Historiker, die damals einen bestimmten Jesus, den aus dem Neuen Testament, erwähnen? Was man als Beleg für die Existenz dieser Figur nehmen könnte? Kurz gesagt, nein. Jesus selbst wird nicht erwähnt. Allerdings mit einer Fastausnahme. Und diese Fastausnahme wird die einzige bleiben, an der Christen ihren ganzen Glauben, ihr Dasein, ihr Seelenheil, alles was diesen Jesus angeht, festmachen müssen. Denn der Historiker, Flavius Josephus, der fast hundert Jahre nach der angeblichen Existenz von Jesus etwas aussagt, hat in einem der Bücher, der Antiquitatis Judaice, über einige Gräueltaten gegen Juden berichtet, die von den Römern begangen wurden. Und in einem Paragraphen, dem zweiten, wird eine Katastrophe, ein Unheil erwähnt, was einigen Juden widerfahren ist. Und es endet mit den Worten, und so wurde dieser Aufstand beendet. Und der vierte Paragraph geht dann weiter mit, ein weiteres Unheil passierte zu dieser Zeit den Juden, als die, und so weiter. Aber was soll denn dieses weitere Unheil sein? Dass es einen Jesus gab? Dass es einen Jesus Christus gab? Dass dieser der Messias war? Dass er am Kreuz endete? Dass er wieder auftauchte? Oder dass es eine Rasse oder einen Stamm der Christen gibt? Denn im dritten Paragraphen, dem Testimonium Flavianum, dem sogenannten DF, da steht eine Menge Unsinn. Wenn das wirklich von einem Juden geschrieben wurde. Also, ich zitiere mal ein bisschen. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er verbrachte ganz unglaubliche Taten. Lehrer vieler Menschen, viele Jahre, viele Juden, viele Heiden. Dieser war Christus. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben, unser Kreuzes Tod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Er erschien am dritten Tag und paraphilten tausend wunderbare Dinge, die von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Dann geht das Zitat weiter. Frühe Kirchenväter wie Justin der Martyra, Tertullian oder Zyprian von Carthago zitierten diesen Text nicht, obwohl sich Josefus sonst zur Bestätigung ihrer Auslegung des Alten Testaments heranzogen. Origen oder Origenes, der schrieb in Kontrazelsum sogar ausdrücklich, Josefus habe nicht geglaubt, Jesus sei der Christus. Er kann die Aussage in der oberen Form also nicht vorgefunden haben. Der älteste bekannte Beleg für die zitierte Textfassung stammt aus dem 4. Jahrhundert und ist ein Zitat des Eusebius von Caesarea in dessen Buch Kirchengeschichte. Und dieser Textabschnitt gilt in der Christentumsgeschichte, nee, galt, sorry, galt in der Christentumsgeschichte lange Zeit als unbestritten. Beweis der Kenntnis von Josefus von Jesu Existenz und Messianität. Vertreter der Reformation im 16. Jahrhundert dagegen vermuteten erstmals, es könne sich um eine christliche Fälschung handeln. Lukas Osiander, der Ältere, wandte ein, der Satz, dieser war der Christus, könne nicht von Josefus stammen, da dieser sonst Christ geworden wäre. Weil der war ja Jude, ne? Und der Satz sei nur als christliches Glaubensbekenntnis verständlich. Wie es in Lukas 23 in der Apostelgeschichte 9 usw. der andere vorkommt. Auch die Aussage über Jesus, er erschien ihn am dritten Tag, Lehre aller Menschen, unglaubliche Taten, dessen Wahrheit mit Lust aufgenommen und auch Heiden an sich gezogen habe, sei nur als Zeugnis von Christen zu verstehen. Der Textabschnitt unterbreche den Kontext, also wir reden jetzt vom dritten Paragrafen, unterbreche den Kontext, in dem Josefus die Amtszeit des Pontius Pilatus vor und nachher als Folge von Aufstempen darstellte. Er wirke als Einschub, weil dieses Thema und Stichwort hier fehlt. Das ist jetzt so, wie das Eduard Norden dargestellt wird. Zitat Ende. Der Höhepunkt ist für mich eine völlig andere Version des DF von einem Josefus-Experten, Robert Eisler, der den Text neu übersetzt hat. Und hier habe ich jetzt mal die Google-Übersetzung aus dem Englischen genommen. Da kann jetzt jeder anhalten, ungefähr zu dieser Gelegenheit. Also da ist alles ein bisschen anders geschrieben, anders übersetzt worden und nicht so absolut und so auf die Christenschiene gehoben worden. Und nur um dieses TF, dieses Testimonium Flavianum mal historisch einzuordnen, ich fange mal im Jahr 160 an. Das heißt also, Justin Marte, der erwähnt nichts von einem Testimonium Flavianum, Flavianum, obwohl er ständig Josefus zitiert. Genauso wie Luthusadus, Theophilius, Bischöpf und so weiter, Irenaeus, Clemen, Aksandria, Julius Africanus, Tertullian, Hippurtus, Origen, Minutius, Antolius, Jérôme und so weiter. Bis dann im Jahr 324 Eusebius plötzlich das Testimonium Flavianum dreimal zitiert in drei verschiedenen Schriften. Naja, das kann sich ja jeder denken, was er will. Das heißt, der Paragraf taucht erstmals im 4. Jahrhundert auf. Und Origen stellt ausdrücklich klar, Josefus glaubt nicht, dass es Christus war. Denn Josefus war Jude und daher nicht umstande, das zu sagen. Vor allen Dingen das Christentum, das etablierte sich doch erst im 2. Jahrhundert. Und Christen waren und sind kein Volk oder kein Stamm oder eine Rasse. Schriftgelehrte sagen ständig, es sei etwas manipuliert worden. Aber ohne zu sagen, was genau manipuliert wurde und was richtig ist. Und der Inhalt stellt keine geschichtliche Relevanz dar, sondern fasst die Theologie des frühen Christentums zusammen. Und der Name Jesus taucht, also laut meiner Erzählung, 69 Mal in dem Buch auf. Und das Wort Christus wird sonst nirgendwo verwendet. Und ein Kapitel später erscheint Pilatus erneut, aber ohne einen Hinweis auf einen Jesus. Er erwähnt Johannes den Teufel, aber keinen Jesus. Und Josefus, der Historiker, erwähnt keine der angeblichen Wunder von Jesus oder die geologischen Anomalien, wie die Erdbeben oder die Sonnenfensternis. Auch die Zombies bleiben unerwähnt. Und was ich als tödlich bezeichne, ist die moralische Einstellung dieses Eusebius. Er selbst schreibt, gibt das so zu, dass er lügt, sobald das für ihn nötig ist. Es gibt weitere derartige Aussagen, wo ich denke, eine reicht. So, was heißt das denn jetzt? Das heißt, dieser dritte Paragraph ist eindeutig, eine Fälschung. Komplett, weil er dort nicht hinpasst, weil die Wortwahl falsch ist und weil er nie von anderen gesehen wurde. Eine komplette Fälschung, bis sie dann plötzlich im vierten Jahrhundert auftaucht. Das heißt auch, es wäre doch töricht, die eigene Existenz, das Dasein, das Seelenheil an diesem einen Punkt aufzuhängen. Der Einzige, der den Namen Jesus noch wenigstens erwähnt, allerdings als Fälschung. Oder sehe ich das falsch und jede Einbildung oder Selbsthypnose ist besser, als Realist zu sein? Naja, wer weiß, Besoffene sind ja auch glücklich. Naja, und jetzt gucken wir uns auch den zweiten Teil der Behauptung an, dass ja Jesus nochmal erwähnt wird, als der Bruder von Jesus, der sogenannte Christus, genannt Jakobus, der gesteinigt wird. Ohne den Einschub, der sogenannte Christus, macht der Satz Sinn. Wenn wir sagen, der Bruder von Jesus, genannt Jakobus. Aber doch nicht der Bruder von Jesus, der sogenannte Christus, genannt Jakobus. Also es geht ja um Jakobus, nicht um diesen Jesus. Da hat wohl jemand zu viel gewollt. Er hätte ja schreiben können, der Bruder von dem Jesus, der ja von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde und hätte dann weiterschreiben können. Also ich zitiere hier nochmal Wikipedia. Und ja, weil Flavius, Josefus, erwähnt die Hinrichtung des Jakobus, unter dem sadduzeischen Hohenpriester Hannas II. Und jetzt steht da, er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht, stellte vor diesen den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Naja, Irodonity meinte dann, Josefus habe hier nicht Jesus von Nazareth, sondern den vorher in seinem Werk erwähnten Jesus bei Damneus geneint. Denn dieser sei Machtkämpfen um das hohe Priesteramt zum Opfer gefallen, an die Josefus im Kontext dieser Stelle erinnert habe. Und der Nebensatz, der Christus genannt wird, sei ein christlicher Zusatz. Und wenn man sich das alles anguckt, dann findet man tatsächlich, dass es Jesus von Damneus ist. Und ich weiß nicht, warum Leute darauf kommen, dass hier Jakobus gemeint ist. Weil für mich ist das seltsam, also in meinen Augen. Weil die Bibel ist unzuverlässig und als Quelle völlig ungeeignet. Und die Behauptung, Jakobus sei ein Bruder von Jesus, kommt woher? Bibel. Naja, und hier finden wir einen Auszug, den ich mal zusammengestellt habe, eine Liste von Gelehrten, die sich der Meinung anschließen, die einfach nur sagen, es gibt da keine Hinweise, die darauf schließen lassen, dass das tatsächlich eine richtige historische Person ist. Aber es sind im Grunde genommen viel zu viele, um die alle rauszusuchen und die aufzulisten. Und die Behauptung, es seien keine Gelehrten oder Historiker da, die ebenso skeptisch sind, ist also völlig falsch. Also hier ist nur eine kleine Auswahl von den Leuten. Also ich habe das mal rausgesucht, weil ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben, das ich nie veröffentlicht habe, weil einfach meine Meinung sich zu schnell geändert hat. Und ich habe gedacht, das ist Blödsinn, wenn ich das dann direkt hinterher im zweiten Ausgabe sofort berichtige. Aber da habe ich dann noch Henry St. John, Thackeray, Louis Feldman, Stephen Mason, Mark Allen, Powell und so weiter, die habe ich alle nochmal nachgeguckt und untersucht. Das sind alles Josephus-Experten, um mal zu sehen, was die davon halten. Die haben aber nichts Neues beitragen können. Also ich lasse das jetzt mal hier. Was heißt das jetzt? Na ja, dass Flavius Josephus nicht herangezogen werden kann, als Zeuge für die Existenz des Jesus Christus aus dem Neuen Testament und dem Koran. Tja, so ist das leider. Kommen wir jetzt zum zweiten Lieblingskind der Christapologeten. Tacitus. Sobald man nach außerbiblischen Texten über die Existenz von Jesus von Nazareth, so wie im Neuen Testament beschrieben sucht, kommt immer erst Josephus und dann sofort Tacitus vor. Und Josephus, ein Jude, haben wir ja jetzt gesehen, ist kein Daseinszeuge. Wie ist das denn mit Tacitus, dem Römer? Kann er beweisen, dass Jesus schuldig ist zu existieren? Oder bleibt Jesus so lange unschuldig zu existieren, bis das Gegenteil bewiesen ist? Durch Tacitus zum Beispiel. Nein, leider nicht. Tacitus ist auch kein Mensch oder kein Historiker, der etwas über Jesus geschrieben hat. Noch später als Josephus sind wir hier bereits im zweiten Jahrhundert. Und leider fehlen in den Aufzeichnungen genau die Abschnitte, die sich mit den Jahren 29 bis 32 nach heutiger Zeitrechnung beschäftigen. Vielleicht hätten wir da etwas finden können. Aber er lebte ja auch 100 Jahre später und 2000 Kilometer entfernt. Das wäre also auch kein richtig nützlicher Zeitzeuge gewesen. Und hier nochmal die Definition, die habe ich vorher vergessen. Hörensagen ist etwas, das eine Person nur aus Erzählungen anderer erfahren hat. Und, na gut, Tacitus, was schreibt er denn nun wirklich? Er schreibt, vom Hörensagen, über Ereignisse in Judäa, nicht als Beteiligter oder Beobachter. Und sein Beitrag, der von Christapologeten gerne genommen wird, ist in den analen Buch 15 verzeichnet und entstand ca. im Jahr 115 rum. Wird Jesus namentlich erwähnt? Nein. Erfahren wir dann etwas über Jesus? Nein. Gibt es Angaben, wer hier etwas und was die sagen? Nein, auch nicht. Alles, was hier steht, ist lediglich, dass es Christen in Rom gab, die etwas glaubten und daher gehaust wurden. Und Christen sehen einen Namensgeber in einer Person Christus. Okay. Wenn Tacitus die Aufzeichnungen der Römer durchgegangen wäre, hätte er über Jeschubin Josef stolpern müssen. Und hätte keinen Titel wie Christus gefunden. Weil ein Römer wird ja nicht sagen, Christus hat irgendetwas gemacht oder dem ist folgendes widerfahren. Gibt es ja nicht. Was seltsam ist, dass kein Kirchenvater diesen Abschnitt zitiert oder vorbringt. Erst 600 Jahre später taucht dieser Einschub mit dem Christus auf, der übrigens, also dieser ganze Bericht ist fast identisch mit der Beschreibung von Sulpicius Severus, einem Christen, bei dem allerdings der Hinweis auf den Christus fehlt. Und dazu kommt, dass der Nero-Kritiker Sytonius schreibt, dass Nero, der zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Rom war, aber Anweisungen hinterlassen hatte, Menschenleben zu schonen. Aber ich verstehe es gar nicht. Es gab doch zu dieser Zeit kaum Christen in Rom. Meine Güte. Und was noch bedenklich stimmen sollte, ist, dass in der ältesten existierenden Kopie aus dem 11. Jahrhundert, bei dem Ausdruck Christianus Appellabat, das Wort gefälscht wurde. Da stand also vorher Christianus und da musste man daraus dann das Wort Christianus machen. Es scheint also auch hier ein Versuch zu sein, der frühen Christen, Jesus in einen weiteren Text zu schmuggeln, um diesen nicht nur als Romanfigur zu sehen, sondern als echten Menschen. Nur gelingt das nicht wirklich. Übrigens, Tacitus nennt auch den Namen Herkules. Hat er deshalb wirklich existiert? Okay, was heißt denn das jetzt? Nun, lediglich, dass diese Passage wahrscheinlich gefälscht ist und wenn nicht, dass im 2. Jahrhundert Christen existiert haben. So, mehr haben wir da nicht. Und wenn ich noch weitere Namen untersuche, die von Christapologeten manchmal angeführt werden, wie Plein, Plini, Suetonius, Phlegon, Ignatius, Clement und 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 und. Da gehen wir immer weiter weg von der Zeit, in der angeblich etwas passiert ist. Und bei keinem, da steht nirgendwo was über einen Jesus. Der Name wird nirgendwo erwähnt. Es wird höchstens das Wort Christen erwähnt. Mehr ist da nicht zu holen. Ja, und okay, dass Christen damals existiert haben, da wissen wir. Was heißt das jetzt schon wieder? Naja, wir haben jetzt gemeinsam gesehen, dass wir zwei Arten von Texten haben. Die Bibel und die Nicht-Bibel. Die Bibel ist, wie wir gesehen haben, unzuverlässig, gelinde gesagt, und lediglich ein Buch voller Märchengeschichten. Grausam, brutal, ein paar gute Ideen, wenn man danach sucht. Durch die ständigen Ungereimtheiten, Widersprüche und Fehler kann die Gottesbehauptung nicht stimmen. Und macht auch die Existenz eines Jesus fraglich. Kann die Bibel denn in irgendeiner Form die Existenz von Jesus belegen? Nein, auf gar keinen Fall. Dann bleiben die Nicht-Bibel. Und ich glaube, hier habe ich überzeugend dargestellt, dass keiner der beiden populärsten Texte die Existenz von einem Jesus Christus von Nazareth belegen kann, die von Apologeten am meisten vorgebracht werden. Und auch wenn ich jetzt einige Namen wie Talos zum Beispiel übersprungen habe, weil die wirklich zu wild sind, es gibt meines Wissens keine Möglichkeit, die historische Existenz von dem Jesus, wie im Neuen Testament beschrieben, durch Schriften der alten Historiker zu belegen. Und was mich immer wieder fasziniert, ist der Hinweis, dass ja ein Alexander der Große auch nicht wirklich belegbar ist. Warum ich also bei Jesus auf mehr Beweisen poche, als bei anderen Personen. Und das ist ja ziemlich albern. Denn erstens ist Alexander der Große so ziemlich die am umfassendsten dokumentierte Person. Der hatte sogar zwei Historiker mit auf seinen Eroberungszügen. Wobei einer ja dann wegen eines Putschversuchs dann in Afghanistan, glaube ich, hingerichtet wurde. Und der hat Monumente hinterlassen, eine ganze Stadt, Inschriften, Briefe, Nachfahren, Beschreibungen, Augenzeugen, Berichte, Münzen, Korrespondenz, die alles dokumentiert haben. Und zweitens Alexander, obwohl er das gerne gewesen wäre. Der war kein Gott. Der hat keine Wunder vollbracht. Der hat keine Weltreligion angestiftet oder gegründet. Ich kenne keine Alexandrianer, die mir Vorschriften machen, wie ich mein Leben zu leben habe und unmoralische Vorgaben machen. Daher ist es albern, dass das immer wieder vorgebracht wird, als ob dies ein Argument für irgendetwas sei. Und wie fast alles in der Bibel hat auch Jesus Vorbilder im Altwirtum, wie Esklepius, Attis, Adonis, Dionysus, Mithras, Osiris, Sol Invictus und wie sie alle heißen. Da gibt es also eine endlose Liste. Und der amerikanische Komiker Bill Maher, der sagt in seinem Film Religionless, das Buch der Toten wurde so ca. 1280 BCE geschrieben. Und beschreibt einen Gott, Horus. Horus ist der Sohn eines Gottes Osiris, geboren von einer jungfräulichen Mutter. Er wurde in einem Fluss von Arnub dem Täufer getauft, der später enthauptet wurde. Wie Jesus wurde Horus allein in der Wüste versucht, heilte Kranke und Blinde, trieb Dämonen aus und wandelte auf dem Wasser. Das war damals sehr populär, dieses auf dem Wasser laufen. Er weckte Asar von den Toten. Und Asar bedeutet übersetzt übrigens Lazarus. Oh ja, er hatte auch zwölf Schüler. Ja, Horus wurde zuerst gekreuzigt und nach drei Tagen gaben zwei Frauen bekannt, dass Horus, der Retter der Menschheit, auferstanden war. Ha, die Quelle hierfür scheiben Autoren wie T.M. Murdoch und Gerard Massey zu sein. Was noch komischer ist als die Aussage eines Komikers, ist der Versuch von Christus-Apologeten dies zu widerlegen. Und hier wird jetzt Satz für Satz jede Behauptung auseinandergenommen, wird analysiert und auf Wahrheitsgehalt überprüft. Warum machen die das nicht mal mit den Behauptungen in der Bibel? Naja, also vielleicht gab es ja auch einen charismatischen Wanderprediger namens Jesus, dem dann dieses Götterpaket aufgeschnallt wurde. Die außerordentliche Geburt, die Kindheit und die Wunder mit dem ganzen Brimborium, was damals so üblich war, wie besondere kosmologische, geologische und andere Ereignisse, um etwas Besonderes zu unterstreichen. Aber mehr sehe ich da nicht. Wenn es einem wichtig ist, dass das, was man glaubt, auch wahr ist, dann muss man aber auch kritisch denken können und Behauptungen hinterfragen können. Und genau das mache ich mit der Bibel oder dem Koran. Wenn jemand glaubt, dass der Jesus, wie im Neuen Testament beschrieben oder im Koran, wirklich existiert hat, dann ist das blinder Glauben. Und ich kann das nicht. Ich muss prüfen können, ob das, was ich glaube, auch gerechtfertigt ist, ob es dafür einen guten Grund gibt. Wenn jemand überzeugende Beweise hat, bin ich durchaus imstande, meine Meinung zu ändern, was ich ja schon oft gemacht habe mit allen möglichen Sachen. Aber bisher, also in den letzten 2000 Jahren, ist aber genau das nicht geschehen, wenn wir über Jesus reden. Und daher glaube ich nicht, dass es Beweise gibt, die eine Existenz des Jesus aus dem Neuen Testament oder dem Koran belegen. Es ist eine reine Romanfigur, deren Moralvorstellungen als widerlich beschrieben werden und die man tunlichst ignorieren sollte. Denn die wenigen guten Ratschläge wiegen das Böse bei weitem nicht auf. So, das war's. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Ciao, for now!